Unsere Schützlinge freuen sich. Endlich gibt es wieder was zu futtern und für deren Kinder gibt es eine tolle Überraschung. Die Eier werden schon am Donnerstag angeliefert und der Reis kommt dann am Freitag. Die Reisgrafen haben diesmal Verstärkung. Heute ist ein junger Hühner dabei, dem man auch zutrauen würde zwei Säcke auf einmal zu tragen. Jedenfalls geht es ziemlich schnell mit dem Abladen und dem Stapeln. Wie gewohnt treten die Coroneros am nächsten Morgen pünktlich an und machen sich an die Arbeit. Mit Elan und Freude nach der langen Pause. Routiniert packen Sie Reis und Eier für den Wochenbedarf der Hungrigen ein. Auf Wiedersehen. 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 Inzwischen treffen schon lange vor dem Ausgabetermin unsere Schützlinge ein und sammeln sich in der Nebenstraße. Das Corona-Karussell fängt an sich zu drehen. ID-Karten werden gezückt, die Kugelschreiber flitzen über das Papier und wer erfasst ist und seine Abholnummer hat, geht nach vorne, um sich seine Wochenration abzuholen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Portionen sind abgepackt und die Ausgabetische werden bestückt. Die Coroneros haben mal wieder Verstärkung von zwei bekannten Wiederholungstätern und für die Kinder haben die beiden eine tolle Überraschung parat. Aber erstmal Essen verteilen. Das ist ja der wahre Grund für den ganzen Aufwand. Und das läuft routiniert und reibungslos ab. Dank der Coroneros und auch dank der Ordner und Polizisten, die sich seit über zwei Jahren so selbstlos für unsere Aufgabe einsetzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Frank und seine Verlobte Nong waren ja schon im letzten Jahr mit dabei. Und jetzt sind sie wieder im Einsatz. Die beiden haben jede Menge Kleidung und Spielzeug mitgebracht. Das haben Nongs Schwester und ihr Mann gespendet. Und dazu haben Nong und Frank noch drei große Tüten mit selbstgemachten Süßigkeiten für die Koroneros und die Bewohner des Nobelfiertels mitgebracht. Da kommt Freude auf. Die Kinderaugen glänzen und die Mütter freuen sich über den unerwarteten Kleidersägen. Die Überraschung ist gelungen und die Kinder tragen ihre Beute mit großer Begeisterung heim. Die Mönchengahun Die Mütter Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die vormals obdachlose Mutter mit dem Kleinkind haben wir jetzt in einer einfachen Bleibe mit thailändischem Badezimmer untergebracht, in einem Viertel mit vielen Thai-Familien und Kindern. Keine reichen Leute, aber Anständige. Wir hoffen, dass unsere beiden Schützlinge dort Fuß fassen und dass das Kind eine ordentliche Zukunft bekommt. Der Säugling hat inzwischen seine Scheu vor dem Dino verloren und übt sich schon mal im Fingerziehen, bei dem er auch schon beinahe gewinnt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nongs Gaben werden auch verteilt und die Kinder fragen sich, ob Weihnachten dieses Jahr früher ist als gewöhnlich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nachdem die letzten bedient sind, ist endlich Feierabend. Die Selbstabholer kommen diesmal erst am nächsten Tag und werden dann aber versorgt wie gewohnt. Die Hungrigen und die Coroneros senden euch liebe Grüße und hoffen ihr bleibt gesund.